Martin Georg Zauner ist ein österreichischer Schauspieler und Regisseur. Leben Martin Zauner absolvierte eine Schauspielausbildung am Bruckner Konservatorium in Linz. Im Anschluss folgten Engagements an das Tiroler Landestheater in Innsbruck, das Münchner Volkstheater und an das neue Residenztheater in München. Seit 1991 ist er Mitglied des Ensembles am Theater in der Josefstadt. Dort verkörperte er unter anderem den Ivan in Jasmina Rezach Kunst. Den Valerian Moliere's Komödie der Geizige und den Tiger Braun in Berthold Brechts Die drei Groschenoper. Im Jahr 2005 inszenierte er an den Wiener Kammerspielen das Theaterstück Eine Bank in der Sonne von Ronklag mit Otto Schenk. Martin Zauner wirkte auch in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Darunter befanden sich die Spielfilme Boomerang Boomerang von Hans W. Geissendörfer mit Katja Stutt, Jürgen Vogel und Lambert Hamel und Herr Ober. Von und mit Gerhard Pold und Christiane Hörbiger, Robert Mayer und Ulrike Kriener. Er trat als Darsteller in vielen Fernsehserien wie Kommissarex Café Main Eid, Soko Kitzbüh, Soko Donau, Wien und der Winzerkönig auf. Zudem war er in den Fernsehfilmen des O.F. der Millenniumsmörder und Lohn der Arbeit aus der Fernsehreihe Tatort zu sehen. Seit 2013 spielte er in der Fernsehserie Copstories die durchgehende Rolle des Gruppeninspektors Wilma Eberts. Filmografie 1989 Boomerang Boomerang 1989 Die schnelle Gerdi Gerdi gründet eine Familie 1992 Herr Ober 1992 Wir Enkelkinder 1995 Lieben wie gedruckt 3 Folgen 1996 zu 2000 Café Main Eid 2 Folgen 2000 Tatort der Millenniumsmörder 2001 Kommissarex der Blüff 2001 Soko Kitzbüh Doppelfehler 2001 Der verkaufte Großvater 2002 Dolce Vita und Co. Polterabend 2003 Twini 2006 Der Tag an dem der Papst gekidnappt wurde 2006 Die Ohrfeige 2007 Mein Nestreu 2007 Vier Frauen und ein Todesfall Rattengift 2008 Die Slapetzkes Urlaub wieder willen 2010 Der Winzerkönig Die Kandidatin 2010 Vita Seck Die Filzlaus 2011 Tatort Lohn der Arbeit 2011 Soko Donau Soko Wien Tür an Tür 2012 Ein Sommer in Kroatien 2013 Paul Camp Alles kein Problem Zwei Folgen als Karl Groß Seit 2013 Kopstorys durchgehende Rolle als Gruppeninspektor Wilmer Eberts 2014 Bösterreich Der richtige Herr Schulwart Soko Wien